Leute bitte für die Runde töte Tora nicht als erstes. Ich meins ernst, bitte. Oh, mein erster Scherfhund. Ich bin schon genutet, oder? Okay, ich kann Tasks machen. Ich mach Tasks und ich kann den Imposter killen. Wenn ich den Crewmate kille, dann bin ich selbst tot. Okay, aufgepasst hier. Jetzt am besten niemanden killen. Also wir wissen wer es ist, dann können wir, wenn in der Runde schon verdächtigt wird, dann können wir den noch exekutieren hier. Kann ich hier noch. So erstmal Tasks machen, Communications. Oh mein Gott. In der Detective Mod mit Skybacker im Stream. Und ich bin Sheriff. Sheriff Mod ist das natürlich. So machen hier meine Tasks. Sabotieren kann ich natürlich nicht als Detective. Ich kann killen. Pass mal auf, dass ich es nicht aus Versehen mache. Und ich habe Imposter Vision. Fast. Ich habe Detective Vision. Ich werde natürlich sofort gesasst und bin in der ersten Runde rausgevortet. Das ist klar, aber... Wofür ich rausgevortet werde, kenne ich mich selbst. Ey, ihr könnt... Ich habe gerade Simon Says abgeschlossen, als es irgendwie Podcast kam. Gerade so. Also jetzt mit mir eine Tora als erstes, sondern Skybreaker. Okay, ich habe das System verstanden. So gemein. Aber Leute, ich bin schon geschädigt, ne? Ich wollte am Anfang zu meinen Tasks rüberfliegen. Okay. Oh! Wo ist denn der Gute gestorben? Rechts vom... Wie heißt denn das? Der ist hier der Soss, Alter. Trauigkeit. Cafeteria ist in der Mitte. Admin ist in der Mitte. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Erkman-Table. Nee, nicht Erkman-Table. Meeting-Table, oder diesen? Genau. Da, wo der Button truffe ist, Alter. Also im Cafetil. Und Tora ist gerade in die Richtung gelaufen. Du musst das jetzt umschrieben werden. Vielleicht lebt Tora, weil sie Imposter ist. Tora ist... ist das der Dank dafür? Also ich muss sagen, ich habe da niemanden in der Nähe gesehen. Und ich bin da ja... ich bin gerade von Mad Bay runtergegangen. Und ich habe da wirklich niemanden gesehen. Runterge... was? Ist ja klar, Alter. Ich bin von Mad Bay runterge... Ich war beim Mad Bay, habe gesehen, ich habe ja da keine Tasks. Dann bin ich zu Admin rübergegangen. Und ich habe weder eine Leiche da gesehen, noch irgendwelche Leute. Vielleicht hast du keine Tasks. Deswegen würde ich fast auf ein Selfie-Pod plädieren, muss ich sagen. Aber... Oder du warst. Die Selfie-Pod. Die anderen können ja auch mal erzählen, wo sie waren. Ich habe... ich habe... Ich war auf dem Raum, Chef. Echt? Krass. Und dann habe ich... Ja, danke, dass ich auch reden darf. Kein Problem. Immer. Ja, also ich war... ich habe die Angst vorgelegt. Zuletzt mit. Dann habe ich Kami geschützt, damit sie... glaube ich. Ja, sie. Damit sie... ähm... Simon Sisko. Und Kami hatte ich gesehen. Ich war sehr auf Simon Sisko fokussiert. Was hat sie denn vorgesehen? Ich habe nur... Kasten gesehen. Ich war oben. Ich war ganz oben. Ich habe oben gesagt. Ja, ich war unten. Also ich habe sie... ich habe... Wir wischen das so klein. Ich bin halt... war unten fix und bin direkt zu seinem Satz. Also... Ich habe noch eine Frage. Ja. Dora, was hast du so für TAS gemacht? Ähm... Also erst mal wollte ich ja runterfliegen zu O2. Ich will nur wissen, was für TAS du gemacht hast. Da habe ich diese Blätter reingemacht. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich schon in Navigations war. Ich glaube ja. Ja, warst du. Dann ging Reactor an. Und ich dachte mir, scheiße, niemand fix. Ich muss da jetzt rüber rennen. Dann ging es aber aus. Dann war ich gerade bei Madbay. Habe da reingeguckt. Habe gesehen, ich habe da gar keine TAS. Und bin dann zur Admin gegangen für den Upload. Das heißt... So, wir müssen jetzt aber mal was tun. Also... In der Phase... Sie stand beim Download rum. Ähm... Ich weiß halt nicht, ob sie den gemacht hat. Weil ich bin dann auch rausgelaufen. Ich glaube, Carmi und Custom Fancy sind ja ungefähr safe. Und die anderen wollten nicht erzählen, wo sie waren. Warum wurde ich jetzt gewartet? Ich konnte nicht erzählen, wo ich war. Weil anderen geredet haben. Jetzt erzählt. Aber... Ich habe in den Mund gehalten. Ich habe aufgepasst. Das ist ja meine Rolle, dass ich mir hier aufpasse, wo ich... Was hier los ist. Ich muss hier mal gucken, was hier Phase ist. Und wen ich hier exekutieren soll. Wenn es dann mal so weit ist. Wenn es dann mal hier Phase ist. Ok, ich tue das jetzt mal bleiben. Dann gehe ich zum Madbay. Ich mache jetzt mal rechts die Tasks. Ich glaube meine Hauptausgabe sind hier nicht die Tasks. Aber ich mache es dann trotzdem erstmal. Was soll ich auch anderes tun? So, hier kommen wir später wieder. So, gibt noch keinen, den nicht. Klingt gar nicht sehenden Kill. Dann kann ich natürlich sofort... Hier habe ich nichts. Dann kann ich natürlich sofort den richtigen Kill. Das kann sein. Ich warte jetzt hier. Ich gehe mit Elektrik heran. Ich mache dort meinen Task. Das ist doch bestimmt jetzt eine Leiche drin, die ich reporten kann. Na, hi Elfni. So. Detektiv kann aber auch gekillt werden. Das ist halt... Da passiert glaube ich nichts in der Post. In der Detektiv gilt. Ist doch einfach... Wie jetzt hat dann Q-Mate gekillt. So rüber nach links. Und was? Ja, ich habe den Report-Button aufgeblitzen gesehen. Und bin dann halt hier rüber zu... Zu... Ja, sag schon. Admin. Admin-Tables. Im Eingang zu Admin liegt da. Der Leiche. Okay. War jemand gerade in Camps? Ja, ich... Und ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht, was hast du so gemacht, Elfni? Weil du warst ziemlich lange in Electrical. Ja, die waren da... Also... Ich habe nur geguckt, ob jemand wendet. Der war jemand real. Äh, in Electrical? Ja. Ich bin in Electrical, habe da Task gemacht. Ich glaube, irgendjemand war noch da. Elfni. Kami, genau. Kami. Und Elfni. So, dann ist Elfni runtergegangen. Dann war ich endlich fertig. Irgendwann mit diesen... Die sich immer so drehen. Und dachte mir, scheiße, schön, dass ich jetzt endlich fertig bin. Und dann stand der Elfni immer noch. Und ich dachte so, hä? Dann bin ich Richtung Reaktor. Da ist mir Elfni, glaube ich, kurz hinterher. Und dann wieder zurück. Nein. Dann haben wir in Camps gesehen, wie der an den Kabeln steht. Und da oben Frenzy tot in Edmund liegt. Also... War das halt schon ein bisschen komisch. Und dann kam Zwergi hoch und hat reportet. Ja, schön, dass ich und Zwergi gerade zusammen die Leichtgruppe nach... Also ich kam ja... Ja, wir haben fast gemeinsam... Also fast hätte er reportet. Also es war so knapp. Ja, schon. Aber es könnte sein, dass Elfni in Edmund war. Dann... Ja, Dora. ...zu den Karben gegangen ist. Und dann wieder zurück. Ich kam auch gerade aus Elektrike. Ich konnte... Also ich habe ihn nicht morgen gesehen. Aber ich finde es ein bisschen... Naja. Ja, aber es kann aber auch sein, dass du schnell gewendet bist von Elektrike. Ganz schnell rein, dann wieder, ne? Ja. Ja, und dann zurück... Dann noch schnell Zug Security. Dann habe ich mich schnell an die Camps gestellt. Das geht schnell. Aber du hast mich ja gesehen, wie ich Richtung Reaktor gelaufen bin. Nein, Elfni. Nein, ich hatte dich letztes in Elektrike gesehen. Ja, und ich bin mit dir da rausgegangen, ja. Nein, du bist wieder reingegangen. Dann kam ich noch dazu. Sieht knifflig aus, Elfni. Dora, hast du mich in den Camps gesehen? Ich bin mir... Ich habe noch eine dritte Person auf jeden Fall in Camps gesehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer leider. Du musst es mich zweimal gesehen haben. Okay. Du musst es doch einmal gesehen haben. Nee, Felix habe ich ja wieder nicht gesehen. Weil du siehst ja eigentlich alle Bildschirme von denen. Ne, ich sehe alle Bildschirme, aber... Ja, deswegen... Ich habe leider nicht vier Augen. Nur zwei. Ey, so was machen wir jetzt? Also ich meine, es sind immer noch sieben. Also ich finde... Ja, es gibt mal halt im Auge behalten, kann auch nicht. Ja. Elfni und Torf einfach mal beobachten. Ja, und Chaos vielleicht wegen Self-Report erstrum. Würde ich auch nur beobachten. Das würde ich nicht vergessen. Das wäre aber sehr weird. Wenn ich mal Self-Reporte, dann mache ich das bitte. Hm, ist der Elfni Sass? Tja. Detective Zwerge. Am Start. Erklärt die Sache auf. Navigations habe ich ja. Wenn wir mal den Elfni entdecken. Soll ich den killen? Soll ich den killen? Ich weiß nicht. Ich könnte es ja mal machen. Einfach. Ich bin ja sowieso tot. Dann wäre dann wahrscheinlich eher... Ich meine, ich fotografiere nicht wirklich das Hass. Aber... Habe ich vielleicht mal was als Detective geleistet? Könnte ich hier mal... Das Risiko eingehen und hier mal... herausfinden, ob der Elfni tut. Ich meine, ich kann es dir eh keinem erzählen. Wenn er der Falsche ist, dann... Uff. Dann war es der Tod. Und... Wenn es der Richtige ist, dann habe ich eine Leiche gemacht. Dann sehe ich wirklich als der Imposter. Und... Uff. Kann ich nur noch sagen. Ich bin Detective. Aber ob mir das jemand glaubt... Ist dann... Uff. Sollte ich auf jeden Fall mal verschwinden, nachdem ich ihn getötet habe. Sollte ich vor allem nicht vor allem machen. Ich würde es riskieren. Ich würde für Elfni... Den halte ich für sehr Hass. Dann würde ich glaube ich jetzt mal... Hussschärfen. Wenn es darauf ankommt... Ich würde es darauf ankommen lassen. Aha. Da hat jemand das Licht ausgemacht. Gehen wir es mal fixen. Immer bedenken. Ich kann auch gekillt werden. Das kann auch passieren. Na komm. Irgendwo mit Elfni alleine. Irgendwo mit Elfni alleine sein. Dann können wir hier mal exekutieren. Execute Order 66. Oha. Eine Leiche. Da liegt noch eine Leiche auf dem Gang. Ich habe doch in Camps gesehen, dass da eine Leiche auf dem Gang liegt. Kami liegt bei Navigation auf dem Gang. Das zeichne ich leider in der Krittung jetzt gesehen. Das zeichne ich leider in der Krittung jetzt gesehen. Hä? Hä? Wir haben dich doch gar nicht gesehen, Kasten. Na doch. Wollte ich auch gerade sagen. Doch, doch. Ich war in Camps und hab Kasten gesehen. Wann denn? Wann warst du denn in Camps? Ich war die ganze Zeit mit Elfni und Zwergi da. Und gerade war die Zwergi schon wieder dort. Ne. Elfni und Zwergi sind vorgekommen. Oh lol. Die waren die ganze Zeit da. Wie war die ganze Zeit? Nein. Elfni ist mir entgegengekommen. Darf ich mal ausreden? Der Elfni war bei mir. Der Elfni war bei mir. Da ist es. Sieg wie Chaos Kami umbringt. Und ich bin heute jetzt. Also Elfni kann den Kill auf keinen Fall gemacht haben. Diesen Kill nicht. Ja gut. Wann wart ihr denn in Camps? Eigentlich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das ist. Und bei Elfni gewaltt. Nightwixen war ich noch unten. Es gab halt vorhin auf Tora glaube ich schon mal einen Zass. Also Elfni kann es nicht sein. Der war die ganze Zeit bei mir. Nein. Ich sage nicht, dass Elfni es war. Ich sage nur, dass Elfni mir aus Security entgegengekommen ist. Das heißt, er kann nicht tausend Jahre, Stunden in Security gewesen sein. Es ist auf jeden Fall Chaos. Das war nämlich ein Self-Report an Skybreaker. Das ist die Autora. Ja gut. Dann bist du Lost oder ein... Chaos. Ich hab doch gesagt, dass ich kam. Selbst ein Imposter. Yes. Loll. Viel Spaß. Na gut. Nicht mal meine... Ich hab sogar meine Tasker. Beide mal Elfni weiter im Auge. Beide mal Elfni weiter im Auge. Der wurde ja gesasst von dem Kollegen. das dann muss ich jetzt mal abhängen hier lass mich wo bist du mein lieber ich war detektiv das war meine detektivrunde ich habe elf nie verdächtigt der arme wenn jemand in kameras hat den jetzt ja 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 es glaubt mir einfach corner eben jemanden in kameras töten sie den felix hatte ich gar nicht verdächtigt und wenn jemand anders ich war als detektiv und ich also sheriff und habe halt ich habe nachdem nachdem elf nie gesasst wurde war ich bin ich habe ich mich elf nie an die fersen gehängt und 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 habe überlegt ob ich den killer weil das weil ich den schon dachte ich weiß ich würde noch eine letzte runde machen 4 7 5